zwei relax sessel habe ich hier zwei greche 6050 von himmola das leder ist sehr angenehm das ist ein eleganza leder größe medium beide sessel mit optionaler manueller kopfverstellung und zwei motoren sie können getrennt voneinander den rücken und die fußstütze verstellen armlehne aufgeräumt optional können sie den sessel nachrüsten mit einem akku ich gehe mal zurück hier dann kann ich ihnen das zeigen hier ist er nämlich dran das obere kopfteil streckig für mich ist der sessel in der richtigen größe ich bin 183 oder war es mal und jetzt sehen sie hier den sessel was mir sofort auffällt ist der mittelsofte sitzkomfort etwas weicher und die gute unterstützung im lendenbereich finde ich klasse magnetische halterung hier ich zeige ihnen jetzt mal das mit dem akku in den hier weg und krall den hier dran ganz einfach und dann brauche ich kein kabel akku kostet bei uns 250 euro wenn wir einen haben und jetzt funktioniert es genauso auch hier ich tue mal den bis weg so funktioniert genauso hier also sehr bequem die sessel auch sehr design orientiert mit dieser metall armlehne in schwarz mit leder auflage also ein echter komfort sessel und zwei relax sessel in dieser art ersetzen natürlich vollkommen eine polster garnitur wenn sie nur noch zu zweit sind und hauptsächlich bequem sitzen wollen design orientiert schön stellte mal nebeneinander dass sie das sehen sehr schön sehr ästhetisch sehr qualitativ hochwertig nachteil ein sessel liegt bei 3000 euro sind sie sechs mille weg für zwei sessel vielleicht sogar sieben je nach geschäft und zweiter nachteil sie haben nicht mal volle ausstattung schon keine sitze haltung sie haben keine massage das obere kopfteil geht nur mechanisch also eine teure angelegenheit vorteil wir haben ein schnäppchen für sie aus einer aus einem fehlproduktion auch die produktion macht fehler beide sessel zusammen können sie für 2990 euro bei uns kaufen also sie zahlen ungefähr die hälfte das ist ein echtes schnäppchen und ich würde mich freuen wenn sie zu schnappen die sessel können sie online kaufen auf profischnapp.de geben sie oben rechts 7050 ein dann kommen die beiden prachtstücke oder telefonisch bei mir oder live hier in 7286 empfangen 50 kilometer südlich von stuttgart da stehen sie da können sie sie ausprobieren profischnapp.de ihr online outlet für markenrelex sessel sagt danke haben sie fragen ich stehe ihnen zur verfügung ich freue mich wenn sie unseren youtube kanal abonnieren ich freue mich wenn sie uns auf instagram folgen und ich freue mich am meisten wenn sie bei uns fündig werden danke für ihre aufmerksamkeit wir stellen das jetzt noch schön hin bis zum nächsten mal ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de w Untertitelung. BR 2018